Und jetzt, ringfrei für die erste Runde! Frankie Fourfingers hat einen Diamanten von der Größe eines Pferdeabfells. 86 Karat. Weißt du was, was ich nicht weiß? Scheiße, der ist makellos. Wo? Landen. Landen. Fisch and Chips, Tee mit Milch, Mary Poppins, landen. Was hab ich mit Diamanten zu tun? Ich bin Box-Promoter. Ich will einen Spezialfight und ich will den Gypsy. Nimm mal feste, feste drauf, ganz schnell. Was? Das will ich nochmal hören. Nimm mal feste, feste drauf, ganz schnell. Was ist? Wozu steckt eine Kanone in deiner Hose? Zur Verteidigung. Verteidigung vor wem? Dem bösen Mann? Na gut, dann gib mir den Stein. Den einzigen, der die Kombination kann, hast du gerade erschossen. Mit den warmherzigen Worten der Jungfrau Maria, was soll der Scheiß? Wo ist der Stein? Ewi! Halt die Klappe und huck dich hin, dämliches Arschloch! Wie soll ich sie nennen? Von mir aus Susan, wenn sie das glücklich macht. Das ist mir scheißegal, wenn der Mohammed, ich bin hart Bruce Lee ist. In der vierten Runde gehst du zur Bursch. Scheiße! Und so ein Bad-Boy-Schlachter sollte wissen, wie man so eine verdammte Leiche entsorgt. Am effektivsten ist es, sie an Schweine zu verfüttern. Man muss die Schweine vorher ein paar Tage hungern lassen und schon stürzen, wie sich auf so eine zerhackte Leiche wie ein Besoffener auf den sauren Heren. Warten Sie uns was zu sagen? Ja, aber fliegen Sie nie nach England. Das war in allem Extrateis, verstanden? Und fliegen gleich die Bubis in den passenden Passbebezug. Hast du auch nur irgendein Wort verstanden von dem, was er sagt?